Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video über japanische Schneeaffen. Wussten Sie, dass einige dieser Affen in heißen Quellen baden, um sich aufzuwärmen? In diesem Video werde ich es Ihnen zeigen. Schneeaffen oder Japan-Makaken bezeichnet. Die Affen, die Sie gerade sehen, baden in einer heißen Quelle, um warm zu bleiben. Ich mag sehr gerne baden. Sie auch? Offenbar baden auch diese japanischen Affen sehr gerne. Man kann sagen, dass diese Affen erstaunliche Tiere sind, die uns viel über das Verhalten und die Anpassungsfähigkeit von Tieren beibringen können. Ich hoffe, Ihnen hat dieses Video gefallen und dass Sie mehr über diese faszinierenden Schneeaffen erfahren haben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte vergessen Sie nicht, das Video zu teilen. Über Ihren Daumen hoch und Ihre Kommentare würde ich mich sehr freuen.